Das zu mietende 4-Zimmer-Ein-Familienhaus steht im Krefeld-Forstwald. Das Objekt verfügt über zwei Außenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 464 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von 140 Quadratmetern. Die Kaltmiete der Immobilie beläuft sich auf 1000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020